Die wenigsten Eltern, meine Damen und Herren, brechen in Begeisterung aus, wenn ihnen ihr Sohn erklärt, er wolle sein Leben durch Schreiben finanzieren. Das war vor 200, 250 Jahren nicht anders, als es heute ist. Und die Reaktionen waren genauso in der Familie Lessing, als der junge Gotthold Ephraim das seinem Vater sagte. Und der Vater sagte, wie das Väter in solchen Situationen zu tun pflegen, mein Bub, studier doch erst einmal etwas Vernünftiges, dann kannst du immer noch schreiben. Also studiere Theologie. Das machte Gotthold Ephraim auch. Er ging an die Universität nach Leipzig. Aber da geschah ihm ein gewisses, ein kleineres, man kann fast schon sagen, Verhängendes. Denn gleichzeitig war in Leipzig eine Theatertruppe abgestiegen, die Theatertruppe der Neuberinnen. Und die gastierte dort und verzauberte ihr Publikum. Und wie wohl man sicherlich sagen kann, dass es für einen jungen Mann von großem Interesse ist, die kleinen Philosophen des Alten Testaments von den mittleren und den großen Philosophen zu unterscheiden, so ist es für ihn auch von einem gewissen Reiz, bei einer Theaterkompanie mitzumachen. Und das geschah Lessing. Er durfte ein wenig mitspielen, zunächst als Statist, aber viel wichtiger noch, er durfte Stücke schreiben. Die meisten dieser Stücke sind einem gnädigen Vergessen anheimgefallen, aber eins ist bis heute erhalten. Es trägt einen bezeichnenden Titel für das Gesamtwerk von Lessing. Dieser Titel lautet Die Juden. Und schon in diesem Stück kommen zwei oder drei Grundgedanken Lessings zum Ausdruck. Die Verehrung für die Humanität, die Verehrung für das Gefühl der Toleranz und ganz gewiss dazu auch ein schneidender, ein schöner, ein bösartiger, ein bisweilen erheiternder Stil, der seine Grenzen immer nur in den Grenzen des guten Geschmackes findet. Lessing macht eine zweite Erfahrung. Dieses ist eine bittere Erfahrung, aber auch keine ganz seltene. Mit Theater kann man Geld verdienen und man kann mit Theater Geld verlieren, was noch sehr viel wichtiger ist. Und in seinem Falle sehr schnell zutraf, er hat irgendwelche Bürgschaften geleistet für Mitglieder dieser Truppe. Es kam zu einer finanziellen Katastrophe. Er wurde von den Geld, die Geldgeber machten ihn verantwortlich. Er musste die Stadt verlassen, wie so mancher deutsche Dichter vor ihm und nach ihm auch. Lessing flieht nach Berlin, denn in Berlin erhofft er sich ein größeres Glück. Er ist jetzt 19 Jahre alt, für die damalige Zeit noch nicht ganz zu jung, aber auch kein schon sehr reifes Alter. Und er macht sich sehr, sehr schnell einen bedeutenden Namen in dieser Stadt. Und zwar, weil er in einer Gattung schreibt oder eine Gattung mitbegründet, die später unter dem Zeichen Feuilleton uns allen bekannt wird. Er darf sogar eine eigene Beilage herausgeben. Und diese Beilage trägt einen ganz bezeichnenden Titel. Und zwar den Titel Neuigkeiten aus dem Reich des Witzes. Nun denken wir bei dem Witzwort nicht direkt an den Witz, der uns einfach zum grölenden Lachen bringt. Nein, dieser Witz ist etwas anderes. Dieser Witz nimmt auf einen französischen Begriff Rekurs auf den französischen Begriff des Esprit. Lessing wollte das schaffen für die deutsche Sprache und für die deutschen Denkformen, was die Franzosen eben unter diesem Begriff Esprit verstanden. Eine überraschende, eine eigenständige Art und Weise, über Dinge nachzudenken. Sein Verhältnis zu den Franzosen war dabei widersprüchlicher Natur. Franzosen waren natürlich damals diejenigen, die das deutsche Geistesleben sehr, sehr stark prägten. Und das kann keinem jungen Mann so ganz richtig gefallen. Da möchte man schon etwas gegen den Stachel löcken. Andererseits waren es natürlich Helden wie Diderot oder Montaigne, die sein Denken bestimmten, die Helden der Aufklärung. Man kann es an einer Figur vielleicht am besten festmachen. Das ist die des Philosophenkönig, wenn wir so sagen dürfen, von Voltaire. Voltaire walte damals gerade in Berlin als Gast des Preußenkönigs. Lessing hatte ein paar Übersetzungen für ihn gemacht. Hatte auch ein bisschen sich in seine Privatgeschäfte wohl hineingemischt. Jedenfalls hatte irgendwann mal ein Manuskript mitgenommen, dass er besser auf dem Schreibtisch Voltaires hätte liegen lassen. Und Voltaire war in solchen Sachen sehr nachtragend. Das heißt, es war so eine Mischgeschichte aus Liebe, Abneigung, Hochachtung und auch ein bisschen Besitztwollen. Aber das Entscheidende ist wohl, dass Lessing und Voltaire sich in einem zentralen Punkt nicht verstanden. Es ging ums Theater. Voltaire war ein Anhänger des klassischen französischen Theaters, des schweren, des stellsten Theaters, der großen Gefühle, von Terror und Pitié, Ehe von Schrecken und Mitleid. Er hatte da einen Verbündeten in der deutschen Szene, das war der Kritiker Gottschett. Gottschett war der Kritiker-Papst. Und Lessing tat nun das, was man jedem jungen Mann empfehlen kann, der 20 Jahre alt ist und sich einen Namen machen will. Er griff den Kritiker-Papst an, er griff Gottschett an und sagte, so geht es nicht in diesem Theater. Diese Formen sind viel zu steif, viel zu höfisch, viel zu mehr, viel zu sehr vom Menschen, von uns entfernt. Und da er nicht nur Kritiker war, sondern einer dieser Glücksfälle von einem Kritiker, der tatsächlich auch Stücke schreiben kann, nicht nur bewerten kann, gut oder schlecht, also ein begnadeter Stücke-Schreiber, setzte er das Ganze um, in einem Stück. Und das hatte den bezeichnenden Titel Miss Sarah Samson und den noch bezeichnenden Untertitel Ein bürgerliches Trauerspielen. Bürgerlich, das ist hier der Kernbegriff, denn zum ersten Mal wird das Bürgertum auf die Bühne gebracht. Vorher kamen sie natürlich auch dort vor, als Hans Wurste oder als Bedienung oder als Kammerzofen, was auch immer, aber dass ein Bürger dieselbe Welt der Gefühle, dieselbe Welt der Toleranz vielleicht, dieselbe Welt auch des Glaubens verkörperte wie Adelige, wie Könige, das war neu, das war radikal neu und mehr noch, es gefiel dem Publikum. Lessings bedeutendster, berühmtester Theatererfolg war naturgemäß die Minna von Barrenhelm. Und auch hier lohnt es sich, den Untertitel mit ins Gesicht zu rücken. Der Untertitel lautet Minna von Barrenhelm oder das Soldatenglück. Und das ist deswegen wichtig, weil das eine schwarze, bitterböse Ironie ist, denn es geht um alles andere als um Glück, es geht um Unglück. Der Hintergrund sollte kurz erklärt werden, wie spielt das Stück in der Gegenwart in den Zeiten des Siebenjährigen Krieges, jenes gigantischen Gemetzels zwischen Russland, Frankreich, Österreich, Preußen, Großbritannien, in dem es um nichts anderes ging als riesige Erweiterung der Territorien, um Geld, um Macht, wenn Sie so wollen. Und es war ein sehr verlustreicher Krieg, allein die Preußen, das kleine Preußen verlor mehr als 180.000 Mann in diesen Auseinandersetzungen. In diesem Krieg also verliert die Hauptfigur des Stückes, Major Tellheim, nicht nur seine Ehre, er verliert auch seine Güter, er reist nach Berlin, um dort seine Angelegenheiten klären zu lassen, seine Verlobte reist ihm hinterher, aber Tellheim möchte von ihr im Augenblick nichts wissen, weil er sich nicht imstande, als Ehrenmann nicht imstande, findet seine Verlobung weiter zu betreiben. Minna, die glücklichere ist in den Finanzen, er sind eine Art von List, um ihn zu übertölpeln. Sie sagt, ich bin auch praktisch finanziell ruiniert, ich bin meinerseits überhaupt nicht in der Lage, auf dieses Verlöbnis einzugehen, also spielt ein jeder das Spiel des anderen, auch in dem Moment noch, wo Tellheim seinen Prozess gewinnt, wieder in seine alten Rechte eingesetzt wird, auch sein Vermögen zurück, er hält, jetzt also in der Lage wäre, nach seinen eigenen Ehrenvorstellungen, die Hochzeit anzugehen. Hier verweigert sich Minna, und sie redet eben genauso, so wie Tellheim vorher geredet, aber kein Mann auf dieser Erde hält es aus, wenn eine Frau so redet, wie der Mann zuvor geredet hat. Das führte zu Unbillen, und es führte fast zu einer Katastrophe in dem Stück, aber Gott sei Dank kommt es dann doch noch zu einem Happy End. Das Stück ist bemerkenswert, einmal wegen der Zeitnähe. Goethe hat davon gesprochen, dass es die bedeutendste Produktion in der Zeitnähe sei, und dass es das wahre Wesen dieses Krieges, jedenfalls in einem Teil erfasst, in dem Teil des Offizierskurses nämlich. Und das Stück ist aus einem dritten Grund noch interessant, weil auch hier wieder bürgerliche Gestalten die Szenerie vorwärts treiben, der Bursche von Tellheim zum Beispiel, oder die Zofe von Minna von Barnhelm. Sie alle bilden so einen Kosmos von Kleingestalten, die eine große, eine tragische, eigentlich tragische Handlung vorantreiben. Hinzu kommt natürlich eine der wundersamsten Erfindungen, humorigsten Erfindungen, die es in der damaligen Zeit auf dem Theater gab. Ein französischer, vorgeblicher Ehemann als Schwindler, der immer wieder dann auftritt, wenn die Handlung ein wenig abzusacken droht. Es ist ein wenig so wie bei Dinner for One. Und dem Publikum gefällt auch das. Das ist ein Erfolg, habe ich gesagt, das Stück, aber es ist kein finanzieller Erfolg. Lessing bleibt, was er immer war, war finanziell, wie er sagte, ein Sperling auf dem Dach. Er versucht sich aus dieser Schlinge herauszuziehen, indem er verschiedene Zeitschriften gründet, indem er an verschiedenen Zeitschriften arbeitet. Dabei arbeitet er immer viel zu viel, wenn er eigentlich nur eine Nachtrezension schreiben sollte, schreibt er halt gleich einen ganzen Aufsatz. Andererseits ist er auch ein zu Ehrenwerter Mann. Er nimmt bestimmte Aufträge nicht an. Er wird nicht Rhetorikprofessor, weil zum Aufgabe des Rhetorikprofessors eben auch gehört, eine Lobrede auf den Mäzen zu schreiben. Er nimmt das Angebot von Maria Theresia nicht an, dort Hofbibliothekar zu werden. Und als er Hofbibliothekar werden könnte in Berlin, da verhindert es Friedrich der Große. War er glücklich? Wir wissen es nicht genau. Als Mensch vielleicht nicht, vielleicht nur als Schreiber. 1778, da kann er endlich heiraten. Ein Jahr später stirbt seine Frau und stirbt sein Kind beide noch im Kindbett. Und ein Jahr später, vielleicht eine Art Läuterung, vielleicht eine Antwort auf die Boshaftigkeit der Welt, erscheint dann seine große Parabe, sein großes Theaterstück auf die Humanität, erscheint Nathan der Weise. Die bekannte Geschichte, ich muss sie Ihnen hier nicht vortragen, das hohe Lied der Universalität der Menschen, der Menschheitsfamilie, des Sich-einander-Verstehens, egal welcher Konfession man ist, das hohe Lied der Toleranz. Und wenn Sie Ohren dafür haben, hören Sie, wenn Sie Nathan der Weise auf dem Theater sehen, hören Sie so im Hintergrund die Musik von Wolfgang Amadeus Mozart aus der Zauberflöte. Dieses Stück, wie gesagt, erscheint zwei Jahre vor seinem Tod. Es wird ein Erfolg, aber es wird auch nicht der Erfolg, der das Leben verändert. Und es ist eher so ein Zurückkehren von Lessing auf eine Bühne, die er beherrscht, neben eben seiner Rolle als Autor und als Dramaturg. Aber hier ist er wieder Theatermensch und hier findet er noch einmal in das Theater zurück und kann hier das entscheidende Moment vorbringen, was sein Werk kennzeichnet, das Mitgefühl. Wir haben vorhin bei den Franzosen davon geredet, von Terreur und Pitié, von Terror und Mitleid. Bei Lessing klingt es ganz anders, bei Lessing ist es das Humanum, das Mitgefühl. Ich darf Ihnen vielleicht und zum Abschluss statt einer eigenen Würdigung das vorlesen, was eine bedeutende Lessing- nicht unverwandte Schriftstellerin und Philosophin über Lessing geschrieben hat, eine Art Nachruf. Das war Hannah Arendt. Und Hannah Arendt schrieb sozusagen alles zusammenfassend, was über Lessing zu sagen ist. Nicht nur die Einsicht, dass es eine Wahrheit innerhalb der Menschenwelt nicht geben kann, sondern die Freude, dass es sie nicht gibt. Und dass das unendliche Gespräch zwischen den Menschen nie aufhören wird, solange es Menschen überhaupt gibt, das kennzeichnet die Größe Lessings. Das kennzeichnet die Größe des Sperlings auf dem Dach. Die Größe des Sperlings auf dem Dach.